hey leute des sarno hier und willkommen zu einem neuen video zu division 2 zu neuen season und zwar möchte ich mit euch über den season pass sprechen und erst mal eine ganz dicke warnung aussprechen und zwar geht es darum wir haben neue season neue bugs irgendwas ist immer drin ihr wisst es genau schade aber was wäre ein division ohne dass da ein bug drin ist das sind natürlich manche die weniger ärgerlich sind und andere wiederum die deutlich ärgerlicher sind und unter anderem zählt auch ein season pass back dazu ja auf der einen seite witzig ist nur überlegt was wir die letzten jahre über immer wieder während dem season pass gemacht haben versucht haben so schnell wie möglich hoch zu ballern und so weil das ganze über die normale xp lief ich erinnere an etage 10 und so konsorten und dieses mal ist es ja anders der season pass die optik ist schöner man kann direkt sehen was man bekommt alles gut gemacht und die art und weise wie man den pass levelt ist auch anders der geht nämlich normalerweise so wie es angedacht ist hier über die season reise quasi ihr seht ja bei belohnungen dass man season pass xp bekommt und über die prioritätsziele und über manche projekte etc pp steht dann immer dabei jetzt ist es aber so dass wir gerade in der season ein dreifach xp event haben was sehr cool ist natürlich und wir haben auch weitere mehrfach events das ist cool aber irgendwie ist da ein bug drin und ich weiß nicht ob es genau an dieser dreifach xp liegt aber irgendwie wenn man die season reise macht dafür die xp bekommt dann kann es sein dass der season pass sich rucki zucki füllt und man ja rucki zucki fertig ist wir haben gestern sieben halb stunden gestreamt ich habe wir haben euch nur die season reise gemacht und hin und her und ich bin rang 97 ich weiß von vielen die sind schon fertig schon längst da ging sogar noch flotter das problem an der ganzen sache ist dass bezüglich des premium passes also den um darauf anzusprechen zu kommen wie in den fragen in den vorangegangenen seasons immer ich persönlich bin ein befürworter den 10er jedes season den den investiere ich in division auf jeden fall da finde ich auf jeden fall gut weil ich nehme die ganzen goodies hier mit den ganzen bekleidungskram und hast du nicht gesehen also da ist auf jeden fall ein mehrwert da für 10 euro jetzt ist es aber so dass man auch diesen premium plus pass kaufen kann das heißt man überspringt ein paar stufen ihr kennt das auch aus anderen games über überspringt ein paar stufen habt dadurch wenn ihr recht wenig zeit haben solltet die woche zu spielen oder die ganze season dann könnt ihr euch da ein bisschen unter die arme greifen das problem ist wenn du das ausgegeben hast und schaut euch das an er kostet 30 eier er kostet 30 euro da ist dann noch so ein bisschen zusatz dabei aber da geht es ja primär um um den premium plus passt dass man da ein bisschen was an zeit einspart jetzt ist das aber durch den bug ist es so dass du die quasi aus dem fenster wirfst für alle die das gemacht haben also ich kann ich habe während dem stream ich schon gesagt ich kann für diesen pass auch generell für die mehrstufen die man da bekommt kann ich überhaupt keine empfehlung aussprechen weil der sein geld einfach nicht wert ist man muss dann nichts aus dem fenster werfen aber dadurch dass es diesen bug gibt und so viele leute natürlich man kann nichts dafür man spielt ja einfach nur man bekommt die xp das einfach bedingt durch den bug sich der season pass so schnell levelt dass das komplette premium plus gedöns obsolet wird also ich so sachen keine ahnung das ärgert mich weil auch so voll viele die neue season reise macht spaß die ist super und eine andere art und weise den season pass zu leveln und dann ist da so ein bug drin und du hast rucki zucki deinen pass voll kann denn jetzt nur ein zweck der sache sein deswegen ja was soll ich das sagen auf jeden fall habt ihr noch nicht irgendwas gekauft oder seht das video jetzt dann bitte kauft euch nicht kauft euch weder stufen noch diesen premium plus pass er ist absolut nicht wert ansonsten sind halt coole sachen hier in dem in dem season pass mit drin auch premium credits also man kriegt ein bisschen was von der von den investierten premium credits zurück was ganz cool ist und kann die dann immer was anderes anderes investieren oder halt sparen für den nächsten season pass dann in der nächsten season so und das war's auch schon mehr so ein kleiner mini rent und und eine warnung als alles andere aber ihr könnt mir ja mal in die kommentare schreiben wie das bei euch war habt ihr gestern ein bisschen mehr zeit gehabt zum zocken habt ihr das auch gehabt bzw welches season pass level habt ihr nach ein paar stunden und nach entsprechend der season reise lasst mich wissen leute lasst mir gerne aber like da schaut gerne auf twitch und bei unserem disco vorbei und wir sehen uns im nächsten video macht's gut und wir sehen uns im nächsten video bis jetzt